Er ist der beste Dribbler und du kennst ihn noch nicht mal. Denn das, meine Freunde, ist der größte Betrüger im Fußball. Brasilianer im Fußball sind ja vom Grund auf irgendwie damit gesegnet, einfach gut im Kicken zu sein. Aber hier haben wir den besten Fußballspieler, der eigentlich gar nicht kicken kann. Carlos Kaiser hat es geschafft, als absoluter Anti-Fußballer über Jahre im Profifußball aktiv zu sein. Okay, das ging bestimmt eine Weile gut. Der Mann war 26 Jahre im Profifußball und keiner hat irgendwas geschnallt. Das fängt beim Namen an. Der heißt nicht mal Kaiser mit Nachnamen, sondern hat sich offenbar an Franz Beckenbauer orientiert. Der hat sich Kontakte aufgebaut in Medien, wichtige Leute bei Clubs und selbst die Presse hat seine Lügen einfach durchgewunken, ohne irgendwie zu überprüfen. Der war bei sämtlichen Clubs unter Vertrag und hat selbst Spielerausweise gefakt, die zum Beispiel sagen, dass er in Frankreich gezockt hat. So, und wie genau fällt das nicht auf, wenn der Mann einfach nicht kicken kann? Scheinbar war er in den körperlichen Einheiten wirklich einfach gut. Und immer wenn der Ball dazu kam, hat er irgendwelche Ausreden gehabt. Er ist verletzt, hat angefangen sich zu prügeln und seine Großmutter ist verstorben. Und das Ganze dreimal. Was mir aber gerade auffällt, dass du noch nicht folgst.